Frau Piefke, haben Sie meine Tabletten gesehen? Nee, wieso? Hab ich die schon? Oder hab ich die? Dann hab ich die auch. Ist das hier das Büro von Herrn Biedert? Ja, aber Herr Biedert ist in einer Besprechung im Nebenhaus. Was wollt ihr denn von ihm? Ähm... Baubüro Biedert, mein Name ist Martens, was kann ich für Sie tun? Hallo, Herr Biedert. Ja, die Unzelange habe ich hier. Ja gut, ich bringe Sie gleich rüber. Tut mir leid, Kinder, aber ich habe zu tun. Vielleicht könnte er am Montag wiederkommen. Frau Martens, wir wollen ja gar nicht zu Ihrem Chef. Wir sind hier mit seinem Sohn verabredet. Wir sind nämlich Freunde von Georg. Ach so ist das. und wir wollen ja auch nicht mehr, aber auch nicht mehr können. Untertitelung des ZDF, 2020